Mann, Mann, Mann. So, komm her. Zeit zu töten. Wir sind so weit gekommen. So, ein bisschen beruhigen. Schön, danke. Es ist beruhigend. Tja, das ist doch toll. Jetzt geht's aber los hier. Showdown. Direkster. Komm her, du Penner. Das werden wir noch sehen. Wo ist denn? Da bist du. So. Wechsel. Okay. Da drüben. Da ist noch wer. Okay. Ach, immer diese Kamikaze-Typen. Wo bist du hin? So. Dankeschön. Noch so einer. Ich hab dich. Ich hab dich. Hm. Okay, interessante Bude. Das übernehmen wir nachher. Das gehört an uns. Okay. Das ist ja toll. Geh mal in Deckung, bitte. Okay. Okay. Na. Haha. So. Los, komm her. Ja, ne. Ganz alleine da verrotten. Jedoch, Typen will ja nicht rumhängen. So. Tschüss. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt niemand. Du, du, du. Okay. Keiner zu sehen. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Gut, diese Seite wäre mal aufgeräumt. Oh, bis dahin, Jack. Nach oben. Okay. Da drüben, na schön. Du, 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 du. Ja, Schraubflinte. Ja, ne. So, gute Nacht. Okay, wo soll ich hin? Darf ich es zu checken? Äh, da. Wo soll ich jetzt hin? Das da vorne doch richtig. Äh. Okay. Oder hier. Wo hat der sich verkrochen? Ich glaube, wir müssen die Tür verraten. Ich glaube, wir müssen die Tür verraten. Wer weiß, was? Ich glaube, wir müssen die Tür verraten. So, Schnauze. Hmm. Was? Ab dich! Das wollte ich für Barrikatieren nicht. Das da. Okay. Was ist denn das jetzt? Ritieren. Interessant. Nicht interessant. Ich wollte gerade in Deckung gehen. Verdammt. Ist ja toll. Wieder alles von vorne. Hey. Es macht so viel Spaß. Alles noch mal zu tun. Jetzt nicht mal Kamikaze hier. Ich hab keine Lust. Ich muss nur treffen. Das war scheiße. So hat's Maul. Wirklich. Mann, Mann, Mann. So. Los komm her. Du Sau. Natürlich wieder unversiegbar. Ist klar. Oh, das ist so ätzend. Mann, ich hasse das, wenn die hier so rumlatschen. Hör auf damit. Das macht keiner. Gott. Okay, wir müssen da hin. Wo sind die Nässen? Gib Heilung her. Danke schön. Also wenig. What the fuck. Dann los, Jack. Verdammt. Und Jack hat mich geschubst. Er ist schuld. Er hat mich geschubst. Blöder Sack. Okay. Wir holten jetzt keine Deckung. Jetzt aber richtig. So. So. Dann. So. 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 Ich will das sagen. Ich will das auch nicht haben, ja. Ich will das auch nicht haben. Ich will deinen Kopf. So. Mann, Mann, Mann. Das ist ja toll. So. Oh, ne. Keine Lust. Ach, rätzende Typen. So, waren das alle? Hm. Waren das wirklich alle? Check. Oh, nice. Dankeschön. So, was ist mit euch? So, stirb. Hm. Nöt. So. Okay. Hm. Tja. Okay. So, erwischt. Na, ist noch einer, oder? Was war das? Ach, jetzt mal was trinken. Es wird über so viel Action. Ein letzten Whisky. Nur für den Fall. I think we should barricade the door. Who knows how many there are. So. Haha. Müssen wir in Deckung gehen. So. Moment. Dekor. Hm. Okay. Besant. Tja. Na, ist ja toll. Haha. Erwischt. Hm. Na los. So. Jetzt kommt der andere. Hier, Radian. Okay. Naja Das ist ja toll Toll schießt du Kommst du her Aber wir sind ganz toll Okay, die Kari ist doof Auch schon bei den Gegnern Hallo Ich will da nicht so nah sein Irgendwas ist merkwürdig an diesen Wänden Merkwürdig Hm, ja das sieht man Texturfehler Na viel Glück Na schön Schnappen wir in uns Diesen Bastard Komm nur her Ne, lass mal So Doch Ich darf hier sein So, nimm das Ach, jetzt in die Brut Oh, die Lermit, nice So Jetzt wird aufgeräumt Hm Wo ist der Gouverneur Der Guvidofi Okay Okay und dann durch nehmen lieber durch so ok hier ist nix schön hoch ok das ist toll das ist toll so nicht der Versuch du 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 ok das ist ein bisschen effige Musik jetzt Us und Mark ja ne was zum Fick ok von vorne das oh Heilung gib her nöt ok so hm tja fast tot nachladen und jetzt tschüss Moment Moment das andere hab ich nicht verdammt so ok naja so geht's auch wo ist denn wo ist denn der da vorne da vorne da bist du da 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 ein bisschen verwenden so so ok hier durch ah ne da ah ne da waren wir ok da hier oben hier oben lang na toll weißt du hier ist eine wilde und der patrouilliert ganz ruhig ok ok so toll lebe ich da jetzt wieder 15 15 was hab ich bekommen ja mach doch mal ja mach doch mal ja nicht für dich wer besucht denn jetzt ach jetzt auf ein Duell scheiß Duell das geht mir auf den Sack ja und du auch so tja tschüss tschüss wer auch immer das war na tolles abgehauen diese feige sau hm komm her du jetzt werd hier bloß Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen zu, ein bisschen werfen und du bist tot, Gouverneur. Hast du das gesehen? Das passiert mit dir. Anstatt der Waffe bist du das. Was ist das denn für Gestalten? Okay, was zum Teufel? Diese Gestalten. So, äh, kleinen Moment. So. Okay, aber dass sie den Soldaten ernsthaft... Äh. Tja. Warum? Das macht keinen Sinn. Näh. Nein, jetzt ist er tot. Und genug der S-Wacken haben sie ihn am Leben gelassen. Ah, verdammt. Du Sau. Los, komm her. So, jetzt richtig schön. Hm. So. Okay. Hm. Auf der Farm, was? Na, ich sollte nicht stehen bleiben. Keine gute Idee. So. Auch schon tot. Bist du eigentlich dieser Partner? Was zum Fick? Okay, der zieht sofort. Und jetzt muss ich diesen Kampf nochmal machen. Okay, das ist wieder scheiße gemacht. Wow. Also da zieht der sofort. Was für ein Scheiß. Los, komm her. Und du, komm her. Na los. Was für ein Scheiß. So. Ach, so ein Bullshit, ey. Hm. Werde ich tun. Du bist tot. Dammt Arsch. Toll, ich hab das Gefühl, dass wir ihn noch ein paar Mal verkacken. Weil der sofort zielt. Und dann muss ich alles nochmal machen. So, du scheiß Cheater. Ach, Mann, Mann, Mann. So. Oh. Und sofort ziehen. Ach, da hast du. Verdammter Cheater. Genau. Tritt nochmal drauf. Hmm. Jack. Oh. Well, Red. Ich bin nicht sagen, dass Griffin nicht das verdient. Aber er war der Herr. Ich denke, dass die Armee wird hier rutschen. Und... Well, ich liebe dich zu sehen, nachdem du alles gemacht hast. 5,000 in Gold, so wie eine fairer Bounty? Na, gib her. Zu den Töten. Hm. Give it to them. It never was about the money. Na, sondern ums Töten. Und Rache. Okay. Nice. So, geschafft. Haben wir's damit durchgespielt. Tja, Rache vollendet, aber... Ich bin jetzt nicht sicher. Ist das jetzt der Partner oder wurde er dann erschossen? Von ihm? Und er hat seine Waffe mitgenommen, was ist das? Na gut, das könnte passiert sein. Okay. Hm. Interessant. Kleinkaliber. Das hat auch die Fähne. Interessant. Da ist ein PS4 Spiel. Da kann man es kaufen. Okay, wir haben's durchgespielt. Geil. In einer Aufnahme. Das war interessant. Kleine Story. Von Rockstar. Das könnte wirklich der Vorgänger von Red Dead Redemption sein. Denn Red, unser Protagonist, sieht auch so aus wie... Äh... Der Protagonist aus Red Dead Redemption. Hab den Namen vergessen, aber gut. Das werden wir gleich sehen, denn... Ja, Red Dead Redemption ist das nächste Projekt dann. Aus Vorfreude auf den zweiten Teil. So viel sei mir schon mal gesagt. Noch mehr wilder Westen-Action und so. Das war schön auch, wenn an einigen Stellen es frustrierend war. Vor allem, dass wir mit der Deckung gehen, das funktioniert nicht so gut. Weil diese dumme KI... Ob jetzt schlau oder nicht, Kamikaze-mäßig... ...einen hinterherlaufen... ...und umlaufen und hinter sich laufen und so... ...war das heizend. Tja, aber sonst... Für ein PS2-Spiel... ...hat es Spaß gemacht. Dann spiel ich mal zu... ...den mitten ein... ...verrennete... ...dokument... Das war so, dasselme, ältest, ...und wenn ich nicht so aus... ...wornig bis nachgewicht... ...dokument... ...und dann... ...und dann, wenn du da Win! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Also, dass Jack noch über 50% Hälfte besitzt. Okay. Bende Level in 1 Minute. Was ist da jetzt hier? Kopfgeld? Hä? Sekunde. Wir haben ihn ganz zurück. Kopfgeldjäger. Hä? Was soll das heißen? Kopfgeldjäger ist jetzt hier einfach. Das nochmal spielen. Okay, ich bin verwirrt. Na gut, sieht so aus. Ich dachte, da kommt jetzt noch was anderes. Noch mehr so Kopfgeld. Bosskampf. Wie bei den ersten paar Kapiteln, aber okay. Sieht nicht so aus. Nö. Okay, überspringen. Ah, das will ich nicht. Ich will hier raus. Rinden. So, ich hoffe, das hat sich jetzt nicht überschrieben. Okay. Das kann ich auch jetzt auf Schwier spielen. Wo kann ich das denn einstellen? Okay. Profil wechseln. Nee. Okay. Das ist ein Kopfgeldjäger. Ganz scheinend. Falls es wirklich welche gibt. Naja, das war ein schönes Abenteuer. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt. Ciao. Tja. Skorpion. Mach's gut. Tschüss.